Will der mich veräppeln? AHHHHH! Oh mein Gott! Mega! Yo, was geht ab? Mein Name ist Body4Allen. Willkommen zu einem neuen Video. Wir zocken heute wieder ein Horror-Game und zwar wieder eine Demo. Auch von einem Game, was dieses Jahr rauskommt und zwar Rootman. Ich weiß nicht, wie lange die Demo geht. Kann sein, dass es ganz kurz nur ist. Aber es sieht ziemlich nice aus und ja, es ist wieder im Stream, wie ihr hier seht. Hier ist der Chat. Falls ihr da noch nie am Start wart, dann schaut gerne auf Twitch vorbei. Ja, dann labere ich nicht groß rum und wir schauen einfach direkt ins Game. Okay, also wir sind ein Police Officer anscheinend. 46 Police Department. Kann ich irgendwie... Taschenlampe habe ich? Gut, also ich denke mal, wir müssen zu dem Haus. Was sollen wir sonst machen, oder? Hallo, Entschuldigung. Ist jemand drin? Erstmal durchs Fenster gucken, ob hier irgendwer am Start ist, Alter. Können wir einfach hier reingehen oder was? Tür aufbrechen. Oui, open up. Open up, hallo! Aufmachen! Aufmachen aber sofort, hey! Okay. Wow, hier ist ja jetzt schon Blut, Alter. Boah, ich finde das Wackeln richtig geil, Alter. Was ist hier passiert? Blut verschmiert. Gab es hier einen Mord, oder was? Okay, hier ist zugesperrt. Hier ist ein Telefon. Können wir das aufheben? Mobile Phone. Looks like it's the owner's phone. Wie heißt das nochmal, dieses Nokia? Das ist doch das, was unzerstörbar ist, oder? Das kannst du... Da kannst du mit einem Auto drüber fahren oder gegen die Wand werfen oder sonst was, Alter. Und das geht nicht kaputt. Ich schwöre, mein Dad hat das Handy, ey. Geiler Background auf jeden Fall. Möchte ich dir irgendwas machen mit dem Handy? Nee. Wow. Digga, was ist hier passiert, Alter? Hier ist ein Key. Den nehmen wir mal noch nicht. Was ist das hier? Das können wir nehmen bestimmt, oder? Rude Idol. Looks scary and creepy. What's that doing here? Keine Ahnung. Legen wir wieder hin. Digga, aber der Sound. Was geht bei dem Sound ab? Hallo? Ist hier irgendwo jemand draußen? Ich weiß, du bist noch hier. Zeigen Sie sich. Hier kann ich den Key nehmen. Boom. Ach, da können wir bestimmt hier rein, oder? Ja. Nice. Hallo? Ist hier jemand? Sir? Ich weiß, Sie verstecken sich hier. Hier sind Zettel. Yesterday in the forest, I found a strange idol, made of roots. Why did I bring it home? Now he wants it back. If you are reading this, do not take it in your hands. Scheiße, wir haben es schon in die Hand genommen, Alter. Oh nein. Werden wir jetzt verfolgt von dem, oder was? Was ist hier los? Wir haben dieses Root-Teil schon in die Hand genommen, Alter. Hinter dir? Bitte hört auf, Alter. Voll ruhig. Hallo? Hallo? Telefon. Hallo? Telefon. Aufgelegt wieder. Will der mich verappeln? Oh mein Gott. Mega. Ist hier irgendwo jemand? Sollen wir wieder in den Raum gehen? Digga. Sollen wir wieder da rüber gehen? Ich weiß nicht, Alter. Wir können nicht raus. Wir können nicht raus. Sollen wir hier reingehen? Ich weiß es nicht. Hallo? Oh! Hallo? Alles gut bei dir? Der End. Oh, schade, Alter. Schade. Das ging ja übel kurz, ey. Das war ja richtig kurz. Ach man, schade. Alter, aber dieser Vibe, der war richtig geil, ey. Ey, das wäre richtig geil, wenn der ein richtiges Game draus macht, Alter. Vor allem in 48 Stunden, ne, ist das schon geil gemacht. So, also mit dem Vibe und so, mit der Bodycam und alles. Gut, äh, ja, das war's mit dem Video. Also, es war wirklich nur eine ganz kurze Demo. Schade, dass das nicht länger ging. Aber, ich bin ganz ehrlich, ich fand den Vibe von dem Game schon ziemlich nice. Also, Leute, ich packe mal den Steam-Link in die Beschreibung. Packt das alle auf die Wishlist. Umso mehr Leute das auf die Wishlist packen, umso eher ist es, dass der vielleicht ein Full-Game draus macht. Ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Falls ihr mehr so sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like auf dem Video da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.